Mit der Nummer 6, Nummer 6, Olaf Pase. Nummer 7, Nummer 7, Marc Rösener. Mit der Nummer 8, Number 8, Manjo Mayer. Und mit der Nummer 9, Number 9, Christian Knobloch. Und dann noch mit der Nummer 10, Number 10, Aaron von Strick. Und dann kommen wir noch zu den beiden Coaches. Number 1 ist Stefan Kröckli. Ach, der ist ebenfalls Number 1, da gibt es keine 1 und 2. Das ist der Christian Schluhe. Die Applaus für Team Namibia. Und sie doch gleich weiter applaudieren für unseren Skitrickler aus der Schweiz für Bruno Camasin. Und haben wir zwei österreichische Lightspan, da freuen wir uns drauf. Gerhard Bieringer und Johann Geisecker. Und weiter geht's mit dem Gegner. Da sind die Jungs aus Tschechien. Einen Applaus für Team Tschechien. Tschechien, Tschechien. 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 I try now to spell the names right. Okay guys, it's my first time. Aber zunächst möchte ich mir auch kurz den Fan-Träger vorstellen. Das ist der Edelfan. Das ist der Moritz aus hier aus der Region. Ein Applaus für den Edelfan und für Tschechien. Der Moritz. Team Tschechien spielt mit der Nummer 1, Number 1, Wladimir Fust. Nummer 2, Number 2, Michael Krejcik. Nummer 3, Number 3, Petra Kuna. Nummer 4, Number 4, Michael Beck. Nummer 6, Number 6, Martin Zivni. Zivni, war Zivni, so glaub ich. Nummer 7, Number 7, Robert Fuhrmann. Nummer 8, Number 8, der Spielführer Jan Massal. Mit der Nummer 9, Number 9, Jan Voss. Und mit der Nummer 10, Number 10, Daniel Massal. Natürlich freuen wir uns, dass der Coach dabei ist. Jan Massal. Und der Co auch noch, Petr Riedel. Die Applaus für Tschechien. Und nun möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben für die beiden Nationalhymnen. Please stand up for both National Anthems. We start with the National Anthem for the Team of Namibia. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und es geht los. 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 Und es geht los.